Wunderschönen guten Tag zum Unternehmensupdate von Carroha Ressources auf Rauchstoff TV. Die Schulden der Welt steigen immer weiter. Könnte eine Neubewertung von Gold die Lösung sein? Der offizielle Goldpreis der USA wurde seit 1973 mit 42,22 US-Dollar pro Unze beibehalten. Die Fed hält lediglich Goldzertifikate und kein physisches Gold. Der Wert beläuft sich auf 11 Milliarden Dollar und das seit Jahrzehnten. Die Zertifikate wurden vom US-Tresury an die Fed ausgegeben, die dann in Gold eingetauscht werden können. Per 30. September 2018 hielt die US-Regierung eine Goldreserve von 261,5 Millionen Unzen, was den 11 Milliarden Dollar entspricht. Bei 2000 Dollar Gold pro Unze ergibt sich ein hübscher Aufschlag in der Bewertung, der viele Probleme auf einmal lösen könnte. Mathematik überlasse ich Ihnen. Aber ich würde mal sagen, wir reden locker über 5,2 Billionen und zwar echte Billionen Dollar. Gold dürfte am Anfang eines neuen Aufschwungs stehen, der in ungeahnte Höhen führen könnte. Ein mittelgroßer Goldproduzent wie Carroha Ressources wird davon stark profitieren können. Im dritten Quartal meldete man über 39.500 Unzen Goldproduktion und die Jahresproduktion 2023 liegt mit über 120.100 Unzen um 24 Prozent bisher höher gegenüber 2022, wobei das Unternehmen für das vierte Quartal gut positioniert ist, um die Produktionsprognose für das Gesamtjahr von 145.000 bis 160.000 Unzen zu erreichen. Auch die EIC pro Verkauf der Unze betrunken im dritten Quartal dieses Jahr durchschnittlich 1196 US-Dollar. Wir gehen von EIC von rund 1150 Dollar pro Unze für 2023 komplett aus. Da die Nickelverkäufe ab nächstem Jahr weiter zunehmen werden, gehen wir von weiter steigenden Nebenproduktgutschriften aus, sprich sinkenden Kosten. Die Einnahmen im dritten Quartal dieses Jahres in Höhe von 107,1 Millionen Dollar stiegen im Vergleich zum dritten Quartal letztes Jahr um 32 Prozent und lagen geringfügig unter denen des zweiten Quartals 2023, was auf den vierteljährlichen Rekordverkauf von 42.172 Unzen Gold zurückzuführen war. Die Umsätze Year-to-Date, sprich im Jahresverlauf bisher, belieben sich auf 314,5 Millionen Dollar und waren damit um 42 Prozent höher als die 220 Millionen Dollar im letzten Jahr Year-to-Date. Was vor allem auf einen Anstieg der Goldverkäufe um 30 Prozent und einen höheren realisierten Goldpreis zurückzuführen ist. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit bisher im Jahresverlauf lag bei 100,6 Millionen US-Dollar und fast doppelt so hoch wie die 51,7 Millionen Dollar letztes Jahr. Der Nettogewinn für das Jahr 2023 in Höhe von 10,6 Millionen Dollar oder 6 Cent pro Aktie liegt im Vergleich zu einem Nettogewinn von 300.000 Dollar oder 0 Cent pro Aktie für den gleichen Zeitraum letztes Jahr massiv höher. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 32,8 Millionen Dollar, sprich 19 Cent pro Aktie, eine Steigerung um 164 Prozent gegenüber den 12,5 Millionen Dollar fürs letzte Jahr. Nach Fertigstellung eines zweiten westlichen Abstiegs wurde die letzte Lüftungserhöhung Nummer 3 von drei geplanten abgeschlossen. Es wurden primäre Ventilatoren beschafft, die gegen Ende des ersten Halbjahres 2024 installiert und in Betrieb genommen werden sollen. In der Zwischenzeit sind provisorische Belüftungsfahrzeuge im Einsatz. Während des Quartals setzte Carora die Erweiterung der Minenflotte mit der Lieferung von zwei neuen Untertage-LKWs und einem Untertage-Lader fort. Ein weiterer Ausbau der Flotte ist für nächstes Jahr geplant. Mit den erwarteten signifikanten Verbesserungen des primären Belüftungskreislaufs der Mine und die Vergrößerung der Minenflotte unterzubringen, bleibt das Erweiterungsprojekt auf Kurs, um das Wachstum auf eine jährliche Produktionsrate von 2 Millionen Tonnen pro Jahr bis Ende 2024 zu unterstützen. Die Exploration war jedoch erfolgreich, was sich auf Betahand in einer Steigerung der gemessenen und angezeigten Goldressourcen um 18 Prozent auf 1,6 Millionen Unzen zeigte. Der Gehalt an gemessenen und angezeigten Mineralressourcen auf Western Flanks, der größten Zone von Betahand, schick um 12 Prozent von 2,6 Gramm pro Ton auf 2,9 Gramm Gold pro Ton, beziehungsweise auf 1,1 Millionen Unzen. Die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Goldreserven wurden um 6 Prozent auf 573.000 Unzen erhöht. Der konsolidierte Bestand an gemessenen und angezeigten Goldmineralressourcen stieg um 9 Prozent auf 3,2 Millionen Unzen nach Abzug der bergbaulichen Abnutzung. Auf Wigginsville erzielte man erst wahrscheinliche Mineralreserve für die Lagerstätte Spargos mit 437.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,6 Gramm Gold pro Tonne für 64.000 Unzen. Die Lebensdauer der Betahandmine hat sich damit wieder weiter erhöht. Der Chart hat das zulaufende Dreieck nach oben durchstoßen und damit ein prozyklisches Kaufsignal generiert. Das Kurze liegt bei 11,5 kanadischen Dollar. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity TV-App, in Deutsch und Englisch sowie alles rund um Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie einfach unseren TV-Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und beachten Sie bitte den folgenden Disclaimer. Die besprochene Aktie ist natürlich Teil des SRC Mining Special Situation Certificates und ich bin Aktiener des Unternehmens. Vielen Dank und alles Gute aus der Schweiz.